Hallo liebe Freunde meines kleinen Kanals, viele von euch wissen es ja schon, ich bin der Callsetter Crusher. Heute mit einem ganz besonderen Video für mich, denn als ich am 23. November 2022 mein erstes Video veröffentlichte, konnte ich mir im Traum nicht ausmalen, dass dieser Kanal nach so kurzer Zeit die magischen 1000 Abonnenten schaffen würde. Vielen Dank für eure zahlreichen Likes und Kommentare, die ich mir natürlich alle durchlese. Scambaiting ist ja nun kein Autotuning oder gar Schminkanleitungen. Scambaiting ist und bleibt ein Nischenthema, das leider in den Medien viel zu wenig angesprochen wird. Über den Enkeltrick oder den fiesen Love Scam wird häufig berichtet, aber der Bereich Tradingbetrug verursacht allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz jährlich einen Schaden in Milliardenhöhe. Also werden wir Scambaiter uns weiter diesem Thema widmen, jeder auf seine eigene Art. Kommen wir also zurück zum Thema. Im heutigen Video habe ich über mehrere Wochen eine Firma aufs Korn genommen, um denen jede Menge Zeit zu stehlen. Das ist mir mit zwölf Telefonaten gelungen, zu denen ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Und wie immer geht's nach dem Intro los. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hören Sie mich? Ja. Hallo. Hallo. Hören Sie mich? Ja. Guten Tag. Sie heißen Lana Braun und ich bin Ihre persönliche Beraterin. Sie haben sich erfolgreich bei unserer Plattform angemeldet und ich gratuliere Ihnen dazu. Hallo. Seigen Sie mir bitte, haben Sie verstanden, wie alles bei uns funktioniert? Ich weiß ja noch gar nicht, welche Plattform sind Sie denn? Infinity Brokers. Infinity Brokers. Sagt mir gar nicht irgendwie. Vielleicht schaue ich mir einfach mal Ihre Webseite an. Können Sie mir Ihre Webseite mal buchstabieren? Infinity Brokers. Buchstabieren. Ich höre Sie schlecht. Ja. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie schlecht hören? Ich rufe von der IP-Telefonie an. Aus welchem Land rufen Sie an? Deutschland. Deutschland. Sie rufen aus Deutschland an. Ah, ich sehe schon an der Telefonnummer. Das ist nicht Deutschland. Deutschland. Ja, aber wir rufen schon von der IP-Telefonie an. Okay. Über eine Computer. Okay. Gut. Alles klar. Wo sitzen Sie denn in Deutschland? In Berlin. In Berlin. Okay. Haben Sie mal die Adresse Ihrer Firma in Berlin für mich? Friedrichstraße 200. Friedrichstraße 200. Welcher Kiez ist das? Welcher Stadtteil von Berlin? Hallo. Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo. Ja. Ja. Friedrichstraße 200. Ja. Und in welchem Stadtteil von Berlin? Hallo. Hallo. Was ist denn los bei Ihnen? Eine Minute bitte. Wieso? Eine Minute bitte. Warum soll ich eine Minute warten? Hallo. Hallo. Ja. Wie oft soll die denn noch Hallo sagen? Ja. Ja. 10. 117. Ja. Und welcher Stadtteil ist das? Friedrichstraße 200. Welcher Stadtteil? 100. 117. Jede Stadt hat Stadtteile. Welcher Stadtteil ist das denn? Berlin-Mitte. Berlin-Mitte. Ah, so gut, prima. So, sehr schön. So, dann können Sie mal ein bisschen was erzählen. Welche Firma war das jetzt nochmal? Das haben Sie ja immer noch nicht so klar gesagt. Infinity Brokers. Infinity Brokers. Ein Wort. Ja. Brokers. Ja, ein Wort. Und dann .de dann also, ne? Ist ja eine deutsche Seite. Oder wie? Ja. .de. Mhm. Gut. Dann versuchen wir das mal. Infinity Brokers.de. So. Ich kann, äh, die, äh, Zugang... Hallo? Die Zugangsdaten schicken. Äh, ich sehe gerade, die Seite, die Seite gibt es gar nicht. Die wird gar nicht gefunden. Infinity Brokers.de gibt es nicht. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ich kann, äh, paar E-Mails oder WhatsApp schicken. Hören Sie mich? Hallo? Ich kann... Ja. Hören Sie mich? Ja? Ja, ich kann... Also, es ist so, dass Ihre Webseite Infinity Brokers.de gar nicht gibt. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ich kann, äh, paar E-Mails... Super. Mein Name ist Thomas Goldschmidt. Ich bin der Personal Account Manager, Herr Steckmüller. Sie haben sich erfolgreich auf unserer Plattform angemeldet, ja? Und ich helfe Ihnen, eine, ja, Handelskonto auf unserer Plattform zurückzugeben. Äh, sagen Sie, Herr Steckmüller, äh, sind Sie über 18 Jahre? Ja, schon, aber, äh, welches ist denn Ihre Plattform? Ja, das ist Finanzmarkt. Es geht um Finanzmarkt. Ihre Firma heißt Finanzmarkt? Nein, äh, insgesamt Finanzmarkt. Aber, äh, unsere Plattform, ja, äh, wir sind speziell, so, für Sie, äh, geeignet und, äh, wir haben, also, äh, eine Anmeldung von Ihnen bekommen, ja? Sie haben unsere Werbung gesehen und Sie haben sich registriert. Stimmt das? Ich weiß ja gar nicht, welche Firma Sie sind. Das haben Sie ja immer noch nicht gesagt. Okay, also, äh, unsere Firma heißt also Infinity Brokers, ja? Und Sie haben sich auf unserer Plattform angemeldet. Deshalb rufe ich Sie an. Also, ich möchte dann fragen, äh, Sie haben unsere Werbung gesehen, gelesen, Sie haben alles verstanden. Stimmt das? Nee. Äh, äh, wie meinen Sie mit mir? Ja, Sie haben mich gefragt und ich habe Nein gesagt. Okay, super. Also, ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie das alles, äh, funktioniert. Es geht um analytisches System. Also, das auf dem Finanzmarkt funktioniert, ganz automatisch. Also, einfach zu erklären, das System, äh, kauft auf dem Finanzmarkt, wenn der Preis... ...zu niedrig ist und verkauft, wenn der Preis zu groß ist, ja? Und dieses Unterschied, äh, bekommen Sie als Gewinn. Sie können diesen Gewinn auf Ihrer Visa-Karte, Master-Karte oder auf Zero-Konto direkt von unserer Plattform ausbezahlt bekommen. Also, außerdem, Sie bekommen Unterstützung von unserem Finanzberater. Eröffnet für Sie ein Kryptowollet auf, damit Sie Ihre Gewinne, wenn Sie möchten, äh, in Kryptowährung ausbezahlt von unserer Plattform bekommen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Super. Und, äh, wie aktivieren Sie dann Ihre Handelskonten? Herr Steckmüller, also, äh, sagen Sie, äh, haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Nee, am Finanzmarkt auch nicht. Ich habe früher mal mit Immobilien gehandelt. Super. Super, also, Sie sind ein ganz verfragender Mann. Also, äh, sagen Sie, äh, möchten Sie mit 250 Euro beginnen oder möchten Sie, bitte? Erstmal habe ich mal mit Sicherheit noch mal ein paar Fragen. Äh, Infinity Brokers, Ihre Webseite war infinity-brokers.com, ist das richtig? Ja, genau. Ah, ja. Okay. Okay, also, äh, wir könnten Vorliegendes tun. Also, unsere Finanzabteilung in der Schweiz, ja, bereitet jetzt die Bankangaben in Höhe von 250 Euro, das ist Mindestbetrag, ja? Und Sie machen dann diese Überweisen. Benutzen Sie, äh, Online-Bank? Ja, erstmal, erstmal, erstmal habe ich ja noch mal ein paar Fragen. So schnell geht das hier nur nicht. Sie sagen, Sie sind also ein Schweizer, ein Schweizer Unternehmen? Äh, wir sind ein Unternehmen, also von Großbritannien, aber unsere Finanzabteilung, äh, also hat, äh, Sitz in Zürich, ja? In Zürich. Ja, wir haben auch, also, die, ja, wir haben auch die Abteilung in, äh, Polen, in Deutschland, in Österreich, ja? Ja. Also in Frankreich und in Belgien, ja? Ja, haben Sie ja schön alles, alles, schön alles auferzählt, aber wo, wo, von wo aus rufen Sie jetzt an? Also, ich rufe Sie, äh, von, äh, Großbritannien an? Nee. Aber, ne, wie, wie, ja, wir benutzen IP-Telefonie. Das ist aber so, wir haben so mehr als 500 Telefonnummer. Also ich weiß nicht genau, also von welcher Nummer... Ja, man kann aber die IP-Telefonie so einstellen, dass die Nummer übermittelt wird, wo man auch ist. Das heißt, Sie sind nicht in Österreich, Sie rufen jetzt aus Großbritannien um an und Sie haben Ihre IP-Telefonie falsch eingestellt. Ja, wahrscheinlich, aber ich bin, äh, also Sales Manager, ja? Ja gut, aber deswegen muss, muss die Firma doch, äh, sauber arbeiten. Ich sage dann Bescheid. Ja, was, Sie arbeiten doch jetzt schon nicht sauber. Es funktioniert doch jetzt schon nicht. Wenn Sie aus Großbritannien anrufen und, äh, mit einer österreichischen Nummer, dann ist das nicht real. Dann ist das nicht richtig. Äh, warum denn darf ich Sie fragen, Herr Stegner? Das habe ich Ihnen gerade, habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Ja. Es ist verboten, Sie haben, Sie haben, Sie haben scheinbar nichts verstanden. Es ist illegal, es ist illegal, von einem, mit einer Nummer anzurufen, aus einem Land, in dem man nicht selber ist. Ja, aber wir benutzen also IP-Telefonie. Ja, deswegen ist es, deswegen ist es aber trotzdem illegal. Sie rufen mit einer österreichischen Telefonnummer an und sagen, Sie sind in, äh, UK, in England. Das ist schon illegal. Nein, also wir sind ein legales Unternehmen, ja? Ja, Sie sind ein legales Unternehmen. Okay, prima. Dann schauen wir doch mal weiter. Äh, Ihr, Ihr Unternehmen. Wie erfahren ist denn Ihr Unternehmen? Sind Sie, wie lange sind Sie am, äh, am Finanzmarkt denn tätig mit infinitybrokers.com? Also, wir arbeiten schon mehr als, ja, als acht Jahre. Acht Jahre. Ja, genau. Mhm, okay, gut, alles klar. So, Sie sind ein, Sie haben gesagt, Sie sind ein legales Unternehmen, äh, mit Sitz in, in England, richtig? Ja, genau. Ja, gut, okay, weil ich sehe jetzt, wie alt Ihre Webseite wirklich ist, aber okay, machen wir mal weiter. Ja, wo sind Sie dann als, äh, als, als Finanzdienstleister reguliert? Darf ich Sie fragen? Sie wollten ein Handelskonto... Hallo, ich habe gerade gefragt. Bevor ich ein Handelskonto auflade, möchte ich wissen, mit welcher Firma ich es zu tun habe. Also, Sie sind, Sie sind ein, ein, aus der UK, ein Finanzdienstleister. Und diese, und diese Finanzdienstleister, die müssen reguliert sein. Wo sind Sie reguliert? Äh, ja, in United Kingdom, ja? Ja, von welcher Behörde? Ausbritannien. Bitte? Von welcher Behörde? Darf ich Sie fragen? Also, wie können Sie... Erstmal möchte ich bitte eine Antwort haben. Ja, Moment mal. Also, ich bin, ich bin ein Sales Manager, ja? Ich, äh, kenne diese Einzelheiten, ne? Ja, dann prima, dann geben Sie mir doch die Einzelheiten. Ja, also, bitte? Dann geben Sie mir doch die Einzelheiten, nach denen ich gefragt habe. Ja, okay. Also, äh, wir könnten Folien das tun. Ja. Ich kann jetzt hin, also, wir könnten Folien das tun. Also, wir können jetzt, also die ganze Information per E-Mail schicken, ja? Also, das ist die E-Mail, äh, von hier, ja? Verleih-mere-at-web.de. Ja, nee, erst mal habe ich Sie ja jetzt am Telefon. Deswegen möchte ich jetzt erst mal, ich möchte jetzt, wenn Sie mich einfach mal ausreden lassen würden, würde ich jetzt gerne wissen, wo Sie in England registriert sind und reguliert werden. Ja, also, ich habe nicht so, ich habe nicht so viel Zeit. Ja gut, dann legen Sie auf, wenn Sie keine Kunden wollen. Kein Problem. Auf Wiederhören. Tschüss, Betrüger. Gute Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Steckmüller. Ja. Schönen guten Tag, Herr Steckmüller. Thomas Goldschmidt. Ja, Sie, Herr Eidschode. Glück. Also, wir haben gestern telefoniert, ja? Haben Sie, äh, schon, äh, gut überlegt, ja? Ja, wegen Ihrer Handelskontaktivation, Herr Steckmüller, ja? Äh, nee. Und ich möchte Sie, ja? Ja, erzählen Sie erst mal weiter. Okay, na, so sagen Sie, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen, Herr Steckmüller? Äh, welche Firma waren Sie denn jetzt noch? Äh, unsere Firma heißt Partner, äh, Infinity Brokers, ja? Äh, Partner, Infinity Brokers? Ja, genau. Wir haben mit Ihnen, äh, gestern telefoniert. Ja, ich telefoniere sehr viel. Ja, Sie waren in sehr schlechter Laune, ja? Wieso? Und ich bin da, ich weiß nicht warum. Sie hatten gestern so schlechte Laune, ja? Nein. Haben Sie, äh, Sie haben geschrien, ja, ich weiß nicht warum, ja? Okay, also wie gesagt, sagen Sie, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Mit Mindestbetrag oder mit 1000? Also momentan weiß ich ja noch gar nicht, was genau Ihre Firma anbietet. Wie viel Gewinn man machen kann? Ja, also, äh, wie gesagt, also, äh, Sie, äh, können also mit unserer Plattform, ja, genau, äh, so wie in der Werbung gesehen haben, also Gewinn, und, äh, aber Mindestbetrag, 250 Euro, zum Beispiel, mit diesem Betrag, Sie können also bis 30 Prozent monatlich verdienen, garantiert. Das heißt, Sie könnten, äh, selbst kalkulieren, also wie Sie das, ähm, äh, anschauen, und, ja, ich höre, dass Sie schon, ja, kalkulieren, ja, also mit 250 Euro bis 30 Prozent, aber das ist garantiert, ja? Aber Sie können natürlich mehr verdienen, also mehr als 30 Prozent, da könnten Sie also mit unserem Finanzberater zusammenarbeiten. Und Sie können dann, äh, auch kalkulieren, also die Leute, also die, die verdienen ganz gut, ja? Die erste Auszahlung bekommen Sie schon in zwei Wochen, ja? Auch garantiert ausbezahlt, ja? Also wir öffnen für Sie ein Kryptowohl, damit Sie, äh, Ihre Gewinn auch in Krypto ausbezahlt bekommen können. Also, äh, ich höre, dass Sie schon in guter Laune sind, oder? Ja, aber ich habe noch ein paar Fragen. Ja, bitte sehr. Ja, äh, also 30 Prozent kann ich gewinnen, äh, ich möchte gerne... 30 Prozent, Moment, Moment, Entschuldigung. 30, 30 Prozent garantiert, also mit zwei, mit Mindestbetrag 250 Euro, ja? Sie können zum Beispiel mit 5.000 beginnen, da könnten Sie kalkulieren, wie Sie garantiert, äh, gewinnen, ja? Ja, es gibt Leute, die bei uns also ab 7.000, ab 8.000 beginnen, ja? Nicht viel, aber es gibt solche Leute, also die mit 7.000 und 8.000 beginnen, ja? Da könnten Sie ja so auch kalkulieren, also wie Sie, also zum Beispiel, wenn Sie mit 5.000 beginnen, da könnten Sie, äh, kalkulieren, wie viel Sie garantiert bekommen, ja? Ja, mit, äh, zum Beispiel mit 5.000 und 30 Prozent garantiert im Monat. Nicht jeden Tag, aber im Monat, ja. Gut. Ja, ja, gut, aber ich möchte ja, gut, äh, Sie sagten irgendwie, ich möchte automatisches System, wenn ich investiere, Geld aus meiner Firma nehme, Ihnen das überweise, möchte ich im Prinzip nichts damit, äh, zu tun haben. Sie sollen mein Geld vermehren und dann nach einem Monat gucken, wie mal, äh, wie Sie das, äh, vermehrt haben, ob Sie auf die 30 Prozent kommen oder was Sie machen. Sie können mal ein bisschen spielen, deswegen zum, zum Test erstmal nur eine kleine Summe, da würde ich sagen, die 250 Euro, die würde meine Buchhaltung Ihnen überweisen und dann können Sie mit meinem Geld arbeiten. Und dann nach einem Monat sehen wir, sehen wir, darf ich bitte ausreden? Ja, bitte. Und dann, äh, nach einem Monat werden wir sehen, ob Sie, äh, gut Gewinn gemacht haben und dann, äh, bin ich eventuell bereit, noch mehr einzuzahlen in die Geschichte, wenn Sie guten Gewinn machen, weil mit viel Geld kann man immer gerne viel Geld machen, aber die Kunst ist es, mit wenig Geld, mit 250 Euro einen guten Gewinn zu machen. Davon hängt das ab. Das heißt, ich teste Sie natürlich auch, wie gut Sie arbeiten. Ja, super. Also, natürlich, also Sie könnten also später, äh, mehr investieren, ja, Sie könnten Sie, also, äh, anschauen, ja, so mit 250 Euro, also wie viel Sie verdienen. Aber, äh, 30 Prozent garantiert, ja, also zwischen, äh, 30 und 35 Prozent, ja, garantiert. Ja, gut. Also, äh, ja, okay. Also, äh, sagen Sie, äh, Sie benutzen, äh, E-Mail. Richtig, ja. Äh, für eine, äh, für, äh, Leimer, äh, Web, äh, Punt D, ja, genau? Ja. Ja. Ja, okay. Wir, äh, könnten für Sie, also, die, äh, Banddaten jetzt vorbereiten, ja, und die Banddaten, äh, für Sie, äh, per E-Mail schicken. Also, äh, wann könnten Sie dann, äh, diese Überweisung tätigen? Heute ist Freitag. Das würde ich heute noch in meine Buchhaltung geben. Die werden das dann anweisen. Okay, äh, wie gesagt, wir könnten, äh, folgendes tun. Also, äh, könnten Sie mit der Hand Zeit präzisieren, wann Sie die Überweisung tätigen können? Sicherlich noch heute. 15, 15, 12. Sicherlich heute Vormittag noch. Also, das heißt, so, äh, bis 12 Uhr, oder? Denk ich mal, weil dann hat ja die Buchhaltung irgendwann Feierabend. Es ist Freitag. Ja, so, okay. Okay. Normalerweise, ja. Okay. Sagen Sie dann, bei welcher Bank sind Sie? Ja, ich habe mehrere Konten. Das weiß ich noch nicht, welches Konten wir dafür nehmen. Das wird wahrscheinlich die Sparkasse sein, denke ich. Okay. Sparkasse. Okay. Äh, und Staatsangehörigkeit. Ihre Staatsangehörigkeit. Ich bin Deutscher. Super. Super. Ja. Also, äh, wie gesagt, also im Laufe von, äh, so circa fünf Minuten, Sie bekommen also die aktuellen Banddaten, ja, auf Ihre E-Mail, ja. Ja. Und dann, äh, wie gesagt, also um zwölf Uhr warten wir ein Screenshot oder ein Foto als Bestätigung von Ihrer Überweisung, ja. Ja. Damit wir Ihren Betrag 250 Euro identifizieren können, ja. Ja. Ja, kein Problem. Okay, Herr Steckwiller. Also, ich höre, dass Sie, äh, heute in exzellenter Laune sind, ja. Ja. Ist ja kein Problem. Äh, ich kriege dann doch mit Sicherheit auch ein, ein, ein Trainingkonto. Da brauche ich dann natürlich auch die Zugangsdaten dafür, ne. Ja, genau. Also nach der Überweisung, Sie können also die Zugangsdaten zu unserer Plattform bekommen, ja. Und mit, äh, wie gesagt, mit einem temporarischen Passwort, Sie können, äh, das Passwort, äh, ab sofort ändern, damit Sie, äh, nur, äh, Sie also zu, also zu dieser Plattform Zugang haben, ja. Ja, ja gut, das können Sie mir schon mal mit dem, mit dem Bankdaten zusammenschicken, weil, äh, dann, 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 dann habe ich das in einer E-Mail, da muss ich das nicht, äh, suchen. Das schicken Sie bitte mal zusammen. Ja, okay. Wir machen, wir machen das zusammen. Okay. Also im Laufe dann, also von nächsten, äh, ja, mit Mücken bekommen Sie, ja, die aktuellen Bankdaten. Und noch was, also ich gebe Ihnen eine Sicherheitscode, heißt Glück, damit Sie wissen, ja, dass Sie mit zuständigen Personen von unserer Plattform, äh, sprechen. Ja, ja. Alles klar. Okay, also, äh, darf ich Sie fragen, Ihre Sparkasse in welcher Stadt? Ja, gut, äh, wir haben verschiedene Konten, also spielt ja keine Rolle, das ist ja, Sparkasse ist ja bundesweit. Ja, okay. Das ist ja keine, ne? Das spielt. Ja, okay, okay. Ja, Sie können also nicht präzisieren. Okay. Also wie gesagt, bis dann, ja, wenn Sie Fragen haben, also dann schreiben Sie uns per E-Mail, also Ihre Fragen, ja. 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 Und, äh, welche Fragen haben Sie noch? Darf ich Sie fragen, Herr Steckler? Ja, nee, erstmal muss ich ja, muss ich dann die Zugangsdaten und das, äh, äh, die Bankdaten haben. Ich weiß, dass ich nun, äh, 30 bis 35 Prozent gewinnen kann. Und dann lassen wir das erstmal einen Monat lang laufen und dann werden wir sehen, was passiert und dann, äh, werden wir sehen, ob ich mehr einzahle. Ich, ich habe so gerechnet, ich will circa, ich habe, äh, eine größere Rechnung, die ich jetzt reinbekommen, die, das Geld möchte ich gern anlegen. Äh, ja, okay. Aber das müssen wir dann sehen. Je nach, je nachdem, wie viel Gewinn Sie haben. Also ich, ich schätze mal zwischen 15.000 und 20.000 Euro werde ich dann anlegen. Okay. Also zwischen 15.000 und 20.000. Okay. Also, wie gesagt, also im Laufe von 15 Minuten bekommen Sie ja die aktuellen Daten und Zugangsdaten zu unserer Plattform. Alles klar. So machen wir das. Ja. Bis dann. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. 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 Hallo? Ja, hallo, hallo. Ja, Herr Steckmüller, Thomas Goldschmied, die Herr Heizkode. Ja. Ja, Glück. Also, äh, wie gesagt, äh, haben Sie, äh, E-Mail bekommen? Müsste ich nachgucken. Bitte? Muss ich nachgucken, muss ich erst mal mich einloggen, Augenblick. Okay. So. Ja, betrifft also, äh, Handelskonto, ja? Ja, ich muss, ja, ich muss erst mal gucken. Ich muss, ich, dauert noch einen Augenblick. Ja, ich, okay. So, jetzt öffnet sich's. So. Äh, von wem soll die E-Mail sein? Ja, von Thomas, äh, Goldschmied, ja. Nee. An welche E-Mail-Adresse haben Sie die gesendet? Auf, äh, ja, äh, 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 Moment, äh, also, äh, Fönia. Äh, bitte? Also, äh, auf Ihre E-Mail-Adresse, äh, das heißt, äh, Furnia, verleiner, äh, adweb für die. Richtig. Ist aber keine E-Mail angekommen. Ja, okay, also, ich wiederhole noch einmal, also, äh, äh, Moment mal, Moment mal, bleiben Sie kurz dran. Ja, öffnen Sie bitte, also, ja, wahrscheinlich im Spam, ja, prüfen Sie bitte im Spam. Nein, ist nichts drin. Noch nichts, okay, also, ich warte, also, ich hab noch mal gesendet. Nö, ist noch nichts da. Dann bitte erneuern, äh, ja, wahrscheinlich gesagt, äh, so, ja. Ja, es, äh, es ist nichts da. Okay. Buchstabieren Sie mal die E-Mail-Adresse, bitte. Also, äh, Furnia, verleiner, äh, web.de. Ja, ist richtig. Äh, ja. Vielleicht haben Sie es falsch geschrieben oder so, das, Furnierverleiber, können Sie einfach mal buchstabieren. F-U-R-N-I-I-E-E... Langsam, langsam, langsam. Nee, nie habe ich nicht. Also, Buchstabe für Buchstabe. f o r n i r v r r l e i m r ja ist richtig ja okay also dann müssen wir sagen aber wahrscheinlich jetzt erwarten ja oder weiß ich nicht normalerweise normalerweise bekomme ich e-mails sofort das ist innerhalb von sekunden da ich habe jede menge andere e-mails bekommen aber ihre e-mail ist nicht dabei in referenz steht handelskultur ja aber es ist doch gar nichts da da kann ich doch nicht sehen da kann ich doch auch keine referenz lesen wenn sie gar nicht da ist okay also wie gesagt also dann warten wir so fünf minuten ich hoffe sie dann zurückkam ja das ist in ordnung alles klar bis dann ja hallo ja hallo hallo ja 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 habe ich bekommen ja tatsächlich jetzt haben wir da so wir haben die unter plattform versichtigt ne bin ich jetzt noch gar nicht zu kommen ich bin noch am arbeiten nebenbei ok wann soll ich dann zurück anrufen und ja infinity brokers war das ja ja gut ok aber wir hatten ja im die banddaten haben wir gesendet dann die zugangsdaten zu unserer plattform ja also ihre e-mail-adresse eingeben und einmaliges passwort ja wenn sie unsere plattform besichtigen da können sie sofort das passwort ändern ok ok ja sehe ich hier auch gut gut ok also wie gesagt dann warten wir auf ein screenshot oder ein foto ja ich ja wir haben ja jetzt schon wir haben ja schon nach zwölf meine ich denke mal meine buchhaltung ist schon nicht mehr im büro die arbeiten freitags immer nur bis bis um zwölf ich muss über gucken ob ich die noch erreiche ja wenn ich kann es vielleicht morgen erst werden ja das macht das macht ja die die buchhaltung meine firmenkonto bearbeitet ja meine buchhaltung ok aber vielleicht macht sie das morgen ich rufe sie mal an ob sie morgen noch mal kommen kann dann wird das vielleicht morgen was da können sie mich ja gerne morgen noch mal anrufen wenn das morgen ist samstag ja richtig wir arbeiten morgen nicht samstag und sonntag sind ja dann wird es eventuell erst montag was ist ja kein problem alles klar wir warten dann ich wünsche ein schönes wochenende wünsche ich ihnen auch wenn es geht wenn es geht wir könnten folgendes tun wenn es geht wenn sie heute das machen ja muss ich muss ich mal probieren gut heute heute bis wann muss das dann da sein ok dann sehe ich zu dass ich das bis 18 uhr irgendwie hinkriege ich habe ja ich habe ja auch viel zu tun ich bin ja selbstständig wie gesagt ok ich wünsche wie gesagt ein schönes wochenende wenn sie möchten dann können sie heute ja genau ich probiere das bis dann tschüss ja bitte guten tag oder nimmst richter ist mein name von den finti pokos wenn ich mich bei ihnen bezüglich handelskontrovenz sie gerade jetzt günstig günstig wieso ja ja ich haben sie jetzt wissen zeit unseren gespräch ja das habe ich wohl das telefonat ok fertig so zum allerersten die heimboot laut glück ja stimmt gut und was weswegen wie war ihr name doch gleich bitte nilz richter wenn der hauptbroker hier und finanziell indica auf einmal ja ab diesem moment werden wir mit ihnen zusammenarbeiten aber ich würde dann gerne zuerst den termin mit den krein waren damit wir uns bisschen besser kehren und so weiter ja was stehen sie morgen zur verfügung augenblick mal erst mal was ist mit dem herrn goldschmidt mit jans goldschmidt die arbeit der ist kein poker ja natürlich aber der ist mein kontoberater gewesen und der ist ist dermaßen unzuverlässig so was geht gar nicht also sie wollen dann mit dem herrn goldschmidt arbeit nein ich habe erst mal erst mal sollte er mich anrufen weil da ist ja wohl einiges schiefgegangen bei ihrer firma einiges extrem und wer ist jetzt dieser der normen hassler der hassler ist mein kollege aber der ist kein hauptbroker es gibt haupt und nebenbroker gut ok also dann kommen wir doch mal zum zum erstmal zum zum thema wie unzuverlässig sie sind ihre firma wir hatten um elf ein termin mit dem herrn goldschmidt den er nicht wahrgenommen hat eine stunde vorher hat er ihn noch bestätigt so da geht es um folgendes auf meinem handelskonto ich hatte 252 euro überwiesen euro und herr goldschmidt hat mir gesagt dass ich 252 euro dann auch angezeigt bekomme in meinem handelskonto und dann sollte ich noch 50 euro bonus bekommen so jetzt gucke ich in mein handelskonto und sehe 250 dollar und 50 dollar ich habe euro überwiesen und wenn ich zum beispiel umrechne 252 euro die ich überwiesen habe wären 277 dollar was woher kommt diese diskrepanz sind sie sicher ja bin ich weil so weit wie ich das in meinem system sehen kann auf team handelskonto besitzen sie die 300 die 300 ja also der hat eine fahrheit zwischen normalen dollar und elektronischen dollar was usd test sie haben die 300 auf dem handelskonto eben 300 und es sollten sein 252 euro habe ich überwiesen und es sind 250 dollar angekommen aber es müssten wesentlich mehr sein bei 252 euro sind 277 dollar der umrechnungsfaktor stimmt nicht okay doch plus den bonus dazu ja ja deswegen ja aber nein ich habe 50 euro bonus bekommen euro und im handelskonto stehen 50 dollar aha stopp stopp ok ja jetzt verstehe ich was sie meinen ok also sie haben dann 252 einbezahlt euro plus 50 euro dazu also ich wäre dann 302 euro richtig und im tolles wäre ungefähr 330 liegt das problem es sind es sind es sind es sind 300 es sind 333,06 dollar also 33 dollar unterschied wie kommt das gehen sie mit kundengeldern immer so um nein natürlich nein das ist total ein fehler ich würde sagen sie werden das alles heute erledigen ja das ist gut das erwarte ich auch und vor allem was ich noch erwarte dass ihre termine der der herr hasler hat mir geschrieben er wolle nur über messenger mit mir kommunizieren das hatte ich komplett anders mit dem herr goldschmidt besprochen dass mir als selbstständigen firmeninhaber und da sagt es aus datenschutzgründen messenger zu nutzen hatte ich klar gesagt dass das nur über über telefonisch gehen kann so und dann schreibt mir der herr hasler dass er nur gerne über messenger arbeiten will warum werden solche wichtigen informationen gar nicht weiter gegeben das verstehe ich nicht das stimmt nicht die haben leider diese information zu spät gekommen deswegen hat herr hasler der messenger bei ihnen gemeldet ja die sind er ist schon bestraft meine ich und ab diesem moment werden mit ihnen entweder telefonisch kommunizieren oder bei e-mail ok ja das ist ja wohl auch das minister ja ich hatte wie gesagt ja das also ich kenne und vor allem diese unzuverlässigkeit vom herrn goldschmidt sowas kenne ich gar nicht er macht einen termin eine stunde vorher sagt er mir in einer stunde um elf uhr ruft er mich an und dann schreibt er mir eine weile später dass er nicht um elf uhr anrufen konnte weil er im auto unterwegs war eine e mail schreiben kann er ja warum kann er da nicht telefonisch so ein unzuverlässiges verhalten das kenne ich gar nicht meine geschäftspartner müssen zuverlässig sein wenn ich gerade wenn ich dann größere summen investieren soll das erst diese erste geschichte das ist ja nur ein test damit ich weiß wie sie arbeiten ich hatte dem herr goldschmidt ja gesagt was ich was ich vorhabe aber momentan bin ich da schwer am zweifeln ich wollte sie testen wie sie mich ja auch testen sie bieten ja auch einen einen eine probezeit an und genauso gilt das für für mich dass ich sie testen will mit viel geld können sie gerne viel geld generieren erwirtschaften die wahre kunst ist es aber mit wenig geld gut zu wirtschaften um viel gewinne zu erwirtschaften so und deswegen teste ich sie ich werde mit sicherheit erst dann mehr investieren wenn ich weiß wie gut sie arbeiten wie arbeiten sie denn jetzt also sie haben die drei variante zum auswählen erst wenn sie allein manuell die trades tätigen bei dem handelsterminal das würde ich ihnen aber nicht empfehlen weil ihnen haben sie schon erfahrung in diesem bereich also sie der herr goldschmidt hat keinerlei informationen weitergegeben sehe ich ich habe ganz klar gesagt ich will investieren sie sollen aus meinem geld mehr machen dass ich von meiner firma abziehe ich will damit nicht zu tun haben sie sollen handeln nicht ich ich will investieren ich will nicht handeln ich will investieren mein geld vermehren und das ist ihr job sie meinen job sie können ja auch meinen job nicht machen machen sie bauen möbeltischlerei ne können sie auch nicht genauso wenig will ich handeln ich gebe den job an leute an fachleute weiter das stimmt ganz und voll und das war nur erste variante von drei ja aber dass der problem das problem augenblick das problem ist dass ich habe doch klar gesagt was ich will warum stellen sie mir andere varianten vor ich habe ganz gesagt gesagt ich überweise ihnen geld sie sollen da möglichst viel mehr gewinn raus machen da interessiert es mich nicht welche varianten es gibt ich möchte nur möglichst profitablen gewinn erwirtschaften damit okay also was ich ihnen jetzt anbieten kann dass sie mit dem algorithmus eine test woche haben werden weil für mich ist für den brot hat die 300 oder wenn es auch 1000 ist wenn sie verstehen was ich meine das ist natürlich zu wenig weil mein brot kriege ich genau mit zehn prozenten von dem gewinn mit 1000 kann ich aber nicht zu viel erwirtschaften deswegen ich verzeihe mich und unser hallo ist ihr telefon kaputt ich höre sie zeitweise nicht keine ahnung hören sie mich jetzt gut jetzt gerade höre ich sie ja ok das letzte was sie von mir gehört haben ja irgendwas mit algorithmus das interessiert mich im prinzip ja gar nicht ich möchte nur egal wie sie es machen ich möchte gerne gewinner haben das ist der punkt ich möchte gerne diese 333 us dollar möglichst gewinn bringt dass sie die für mich anlegen sie können also mit dem geld spielen möglichst viel gewinne machen das ist für mich relevant erst dann werde ich mehr einzahlen wenn ich weiß was sie aus 330 dollar oder 333 dollar machen können ok 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 dann hier folgende master sie werden eine test woche haben mit dem algorithmus und dann können wir uns entscheiden ob sie weiter mit uns handeln oder nicht eine test woche was meinen sie denn was sie in einer woche erwirtschaften können moment 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 sie werden aber mit dem roboter arbeit das ist das ist mir relativ egal meine frage war das ist mir relativ egal womit sie es erwirtschaften ich möchte nur wissen was können sie aus den 333 dollar machen innerhalb einer woche eine gute frage ja es hängt aber von verschiedenen faktoren ab deswegen ich kann das nur erfahrung gemäß ihnen sagen versteckt müller das 300 200 können wir von dem geld erwirtschaften das heißt ende der woche haben wir dann um die 600 us dollar ja ich könnte dann behaupten bis 700 gut dann warten wir diese woche jetzt erstmal ab und dann sehen wir mehr alles klar dann werden sie sich bei mir wieder melden schreiben sie mir vorher eine e mail bitte damit ich auch im büro bin ich bin viel unterwegs schreiben sie bitte dann machen wir einen termin und dann werden wir wieder telefonieren und dann werden sich werde ich sehen was ja ja ihre aktuelle e mail adresse von ihr verleimer at web.de richtig kann das stimmen ja ja okay perfekt ja dann verbleiben wir mit dem so die roboter fängt dann die arbeit heute zuerst werden wir in die ganze summe gut schreiben im handelskonto dann fängt der roboter ein und dann in einer woche können wir wieder uns in verbindung setzen vorher natürlich melde ich mich bei ihnen weil ich auch andere termine habe ja genau sprechen wir den termin ab und dann machen wir das gut hervorragend alles klar und ja gut ok weiß ich bescheid gut dann lesen und hören wir uns in einer woche genau ich bedanke mich herzlich für das gespräch und wünsche ihnen eine schöne woche noch zu haben ja einen eingenehmen tag noch ihnen auch danke sehr alles klar tschüss danke sehr you ciao hallo 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 guten tag herr stückmauer ja ja ich wundere mich gerade warum rufen sie mit einer anonymen rufnummer an weil ich habe es schon zweimal ausprobiert ich könnte sie leider nicht erreichen ja nee ich hatte einen anruf und der war auch mit anonymer rufnummer warum ruft sie als firma mit einer anonymen rufnummer an ich meine persönliche nummer ja trotzdem müssen sie den ruf sie sind in einer firma mit der ich zusammen arbeiten will und da möchte ich bitte auch mit einer firmen rufnummer angerufen werden ok ich rufe sie nochmal an moment bitte ok hallo hallo guten tag herr stückmauer ist es rüchter wieder ja in sich in sich das geheimwort laut klug stimmt ja ok gut so aber sie konnten mich nicht auf keine äh sie eine mailbox konnten sie gar nicht erreicht haben ich habe gar keine angeschaltet hm hm wirklich ja wirklich da ist keine mailbox angeschaltet ich habe eine name auf englisch zugehört äh so wie ein service service mailbox ja dann ist irgendwas mit ihrer telefonanlage nicht richtig ich habe keine mailbox angeschaltet egal also wie geht es weiter ja ist politisch geil richtig so äh ich bedauere dass wir am anfang einige uneingenehmigkeiten hatten ja hoffe es wird unsere zusammenarbeit auf keinen art verhindern ja lassen sie uns lieber wissen was erklären lernen ja natürlich gut perfekt ihr name war nils richter ja ja das stimmt das stimmt ok und seit wann arbeiten sie in dieser firma schon bei der firma Moment also seit oktober 2019 mhm ok gut ja wenn sie sagen wir sollten uns besser kennenlernen dann brauche ich natürlich informationen ja natürlich also ich wollte ich wollte eigentlich erstmal anfangen ja ich fange dann an äh in dem bereich habe ich schon über 13 Jahre Erfahrung ich meine im Investitionsbereich als Makler und Finanzberater meine Ausbildung habe ich in New York abgeschlossen ja wohin mit New York also in New York meinen sie Name der Uni ja zum Beispiel New York University ja mit welchem Studiengang Finanzen und Management mhm ok gut perfekt beschäftige mich gerne mit allen fünf Anlagen die wir unserem Handelsterminal zur Verfügung haben also Zivinen Rohstoffen Aktienhandel Indizes Reptivierung wenig ETF und Obligationen also Wertpapiere weil sie ungefähr die gleiche Rendite vom Deposit bei der Bank kriegen können mhm in meinem Portfolio befinden sich verschiedene Kunden also von durchschnittlich her auch bis VIP aber ein Portfolio in Höhe von 50.000 das ist sozusagen ein Muss wenn wir weiter profitieren wollen wobei das Risiko auf dem niedrigsten Niveau bleibt ja gut weißt du ich würde sagen es ist keine Werbung natürlich aber sie haben echt Glück sich in meinem Portfolio zu befinden weil ich war ungefähr zwei Jahre her einer von meiner Kunden hat darauf 14 Monate gewartet und und jetzt eigentlich warum ich glaube das ist ich habe im letzten Jahr 7,4 Millionen für meine Kunden erwirtschaft insgesamt 1,4 Millionen wie viel Glück ich habe das sehe ich ja dann erst mal weil ich sehe wie viel Gewinne sie für mich erwirtschaften das sehe ich ja daran das können wir bald erfahren natürlich von dem Startkapital also was sie bei uns bereits einbezahlt haben das war nur zum Testen ja genau das hatte ich ihnen ja auch gesagt dass ich sie auch testen möchte ok die Testphase ist schon vorbei die ist noch nicht vorbei momentan ich logge mich mal gerade ein auf auf dem Konto Moment bitte so dann schauen wir doch mal aufs Konto drauf so dann sehen wir hier mhm ah ja 608 19 USDT ja so dann schauen wir doch mal dann schauen wir doch mal auf auf die auf die Handelskonten Moment der Handelsverlauf ja ja das das schaue ich mir gleich mal an Moment so zum Handelsterminal so dann schaue ich mal und wenn ich sehe oh da ist jede Menge rot da ist ja fast mehr rot als als grün ja das ist unmöglich erfahrung gemäß glauben sie mir Herr Stegmüller ist unmöglich immer im Plus zu handeln ja aber es ist ja also irgendjemand sagte doch mal irgendwie von ihrer Firma von 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 C-Trades werden acht erfolgreich äh wenn ich hier die Farben sehe stimmt das nicht da ist ja da ist ja fast halb und halb rot halb und halb grün ja aber ich habe ihnen gesagt von von dem Betrag in einem woche können sie ungefähr zwei drei hunderte bett ja gut aber wenn ich sehe welche beträge hier sind äh ethereum 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 jede Menge ethereum und immer nur so klitzekleine beträge und wenn ich sehe die größeren beträge die sind dann äh xps also äh das ist forex im prinzip die forex geschichten sind erfolgreich warum äh machen sie so viel ethereum wenn forex viel erfolgreicher ist nicht nur forex ich glaube sie meinen ja wenn ich hier zum beispiel sehe 8. August von 9.22 bis 9.23 45 dollar und 48 cent beim us dollar gegen kanada forex das ist erfolgreiches training und dann direkt darunter ethereum minus 0,48 dollar so dann möchte ich doch bitte dass sie äh die erfolgreichen sachen für mich machen und nicht immer diese cent beträge das ist das ist ja nichts wenn ich das so stimme es zu ja diese währungsbahn also dividen äh ich habe es manuell platziert und ich habe auch ein ripple ripple gegen dollar platziert und damit äh ja 28.75 15 dollar 15 dollar hat es uns mitgebracht wahrscheinlich mehrfach also ich bin gerade hier beim 7. August wann haben wann hatten sie den ripple das war das war heute ah da müssen wir mal gucken ähm ja da war es 15 dollar ja genau dann machen sie doch eher diese geschichte weil alles andere ist cent beträge wenn ich da sehe mal wenn es hochkommt mal ein dollar mit ethereum das meiste ist ethereum und davon ist äh circa die hälfte im minus gelandet warum machen sie sowas wenn es hauptsächlich minus ist weil das war eine kombinierte zusammenarbeit ja ich habe mit dem roboter zusammengearbeitet ethereum position sie sind alle von von dem algorithmus ja dann sollten sie den algorithmus ausschalten und äh manuell handeln weil sonst ich will mein geld nicht verlieren nur weil weil der algorithmus für mich handelt ich möchte ja geld verdienen und nicht geld verlieren ok ok ich hatte ihnen ja gesagt sie sollen möglichst viel gewinn für mich rausschlagen und äh wie sie das machen ist mir relativ egal aber der algorithmus scheint ja nicht so wirklich erfolgreich zu sein das sehe ich auch das ist ja ja gut warum haben sie das dann nicht schon geändert sie sollten doch eigentlich im sinne des kunden arbeiten und um selber dann auch geld zu verdienen also ich dachte sie wollen die zusammenarbeit eine kombinierte arbeit ja die natürlich nur wenn sie erfolgreich ist nur wenn sie erfolgreich ist nur wenn sie erfolgreich ist ineffektive arbeit ist doch keine gute arbeit warum soll ich geld verlieren verlieren nur weil das auch irgendwie der algorithmus verlangt ne möchte ich nicht ich möchte kein geld verlieren verlieren ich möchte geld gewinnen dann scheißen sie auf den algorithmus und handeln manuell und dann aber auch wirklich sachen die geld bringen momentan sieht es nicht so gut aus ich hatte mir echt mehr erwartet muss ich ganz ehrlich sagen die sachen die die geld bringen die haben sie kaum gemacht forex zum beispiel ripple und so weiter die die sind ja kaum gelaufen die die sind ja kaum gelaufen verstehen sie sie haben nicht jeden tag zu hören volatilität dass sich ein paar hundert von 350 verdienen kann ja wenn sie ja gut mein gewinn wird doch geringer wenn sie stattdessen den algorithmus handeln lassen und der mich geld kostet das sehen sie an den vielen roten zahlen und sie haben so viele rote zahlen da drin das ist ja das ist ja mindestens die hälfte ist rot was ist denn das für ein algorithmus der immer auf die falschen sachen setzt der handel und mit kleinere beträge ja aber negativ egal ob kleine beträge verlustbeträge sind immer ärgerlich so funktioniert trading allgemein ja also grundsätzlich ja dann wenn wir positive saldo haben hashtag nuller dann traden wir im profit ja dann ist es profitabel ne ist es ja nicht es ist ja nun die hälfte die hälfte ist ja nun rot das ist ja nun nicht profitabel wenn ich ganz viel zeit habe kann ich mal gegenrechnen wie viel wie viel verlust ich gemacht habe ich denke ich habe mehr verlust gemacht äh mit mit dem roboter als ich gewinn gemacht habe ok also ab diesem moment kann ich für sie handeln ja das sollten sie doch die ganze zeit schon für mich handeln das hatte ich doch klar gesagt sie sollen zocken sie sollen möglichst viel gewinn für mich rausschlagen das war während der testphase aber wenn der test bis jetzt so läuft da werde ich diese testphase einfach nochmal verlängern um mindestens eine woche bevor ich mich entscheide wie es weiter geht also ich muss dann selbst mit 600 tolles handeln die nächste woche sie sollen jetzt mit meinem geld handeln natürlich um möglichst viel gewinn rauszuholen und wenn sie das manuell machen müssen dann machen sie das manuell machen sie es über forex ist mir egal aber diese diese geschichten mit ethereum die das so schlecht läuft das brauchen sie gar nicht mehr anfangen wenn es so schlecht läuft die vielen roten zahlen das ist doch völlig unsinnig wozu brauche ich einen roboter der mir minus beschert ich glaube sie verstehen wenig wie handeln funktioniert es ist unmöglich immer im plus zu handeln natürlich natürlich ist es unmöglich aber der 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 roboter handelt ja hauptsächlich im minus was ist daran jetzt positiv nein der roboter hat für sie mehr erwirtschaftet als verliert das könnte ich mal wenn ich viel zeit habe gerne mal nachrechnen aber ich momentan sieht so aus dass wesentlich mehr rot ist und das was sie sagten dass der roboter im prinzip bei acht von zehn trades gewinn erwirtschaftet das hat ja nun auch nicht gestimmt ja richtig ne ja ja aber acht von zehn acht von zehn ist nicht 50 50 das wäre fünf von zehn das kann ich auch kalkulieren ja ich bin gut und stark bei marcia ich habe mit meiner manuellen trade keinen cent für sie verloren das habe ich auch nicht gesagt ich habe gesagt der 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 roboter hat verlust gemacht deswegen treten sie manuell setzen sie auf weiß der geier auf forex oder so und dann kann ich gewinn machen und dann werde ich bin ich auch bereit mehr zu investieren aber so sieht es momentan nicht gut aus wenn immer die gefahr besteht dass der roboter mein geld verliert ne da werde ich sicherlich nicht mehr investieren aber der hat mehr verdient als verloren ja sie haben gesagt 50 50 50 50 ist nicht 8 zu 10 50 50 ist meine von farbe ja also halbe position sind rot halbe sind grün aber ja das ist er hat mehr gewonnen als verloren ja was wie viel haben wir denn über die den den roboter gewonnen und wie viel verloren ich kann das ja nachrechnen ist ja kein problem aber sie haben es ja mit sicherheit da stehen ich bin mir ganz sicher dass der mehr profitiert hat als verloren ja dann geben sie mir doch zahlen geben sie mir doch einfach zahlen sie haben es doch sicher da stehen wie viel hat er profitiert und wie viel hat er verloren ok gut man muss das auch kalkulieren ja denn sie müssen das doch sicherlich in ihrer chart drin stehen sie können es doch ausrechnen daran ich meine ich könnte es auch mit dem taschenrechner machen aber dafür habe ich sie doch sie sind doch mein trader ok 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 richtig gut ich kalkuliere das für sie als ihren trader broker und ansprechpartner ja gut prima danach können wir die zusammenarbeit besprechen genau dann hören wir dann werden sie jetzt die die nächste woche nochmal ordentlich treten und dann von hand treten von mir aus dass das ordentlich gewinn bei raus springt und dann hören wir uns in einer woche würde ich sagen und dann entscheide ich ob das gut ist ob ich mehr investiere weil ich hatte ja gesagt zwischen 10 und 15 ist eigentlich das minimum was ich aus der firma rausnehmen wollte aber momentan sehe ich das noch nicht also geben sie sich richtig mühe dann bin ich auch bereit mehr zu investieren ok also wir sprechen über 15.000 Euro ja so circa je nachdem was bis dahin noch angefallen ist es kann auch mehr sein das muss ich dann sehen was was in meiner buchhaltung ist was ich da rausnehmen kann und was ich drin lassen muss kommt darauf an wie viele rechnungen ich bezahlt kriege ok können wir ja dann startkapital für 500.000 mit ihnen auch besprechen besprechen können wir eine menge aber erstmal möchte ich sehen was bei ihnen was bei ihnen geht ok gut dann sprechen wir uns denke ich eine woche genau nächst mittwoch selbe zeit ist eine gute zeit nächst mittwoch 15 uhr ja prima dann hören wir uns am nächsten mittwoch um 15 uhr wieder ok gut so machen wir das war schön mit ihnen zu telefonieren geben sie sich mühe dann bin ich bereit mehr zu machen alles klar ich bedanke mich auch für das gespräch und schauen wir was ich manuell zu sehr wertschätzen kann und dann können wir uns schon den normalen startkapital mit ihnen besprechen genau so machen wir das ich danke ihnen herr richter gut danke einen schönen tag wünsche ich ihnen auch Ihnen auch danke sehr bis mittwoch danke ciao hallo hallo guten tag herr steckmüller ich bin der richter von den citybrokers ja ich bin meine private nummer sie anrufen ne es ist keine nummer es ist keine nummer es wird keine nummer übermittelt ja genau ich rufe sie nochmal an von der firmanummer gut ok augen mit geduld danke ja hallo kusgott herr steckmüller ist die daniels richter von 24 was ist denn mit ihrer telefonanlage los wenn sie mich nicht erreichen das kann ich leider nicht wissen aber gott sei dank ich habe alternativ variant können wir trotzdem so ein gespräch also dialog führen natürlich nehmen sie das hinter mir wahr ja wir sind doch nun gerade am telefonieren ja ich wollte nur zu sagen also zustimmen von ihnen kriegen ja gut das geheimwort verlaut klug ja ja jetzt sind sie sicher ja das ist mein fintibrokers perfekt gut äh ich habe eine zweite test woche für sie gemacht während der woche habe ich nur manuell getradet den roboter habe ich ausgeschaltet ja dann ich bin der meinung wenn sie mit dem roboter mehr für den als verlieren dann macht es trotzdem den einschalten zu behalten ja das hat man ja letztes mal schon geklärt ja gut so na aber sie hier stecken verstehen sie mir bitte auch nicht falsch aber sie behaupten dass ich den roboter ausschalten soll weil der zu viel für sie verliert ja weil es am anfang gesagt wurde ähm darf ich mal zwischenhaken haben sie noch mal eine letzte mail vorliegen äh von ihnen ja natürlich ja und da habe ich geschrieben dass sie weiterhin auch äh den roboter handeln lassen können wenn sie das unbedingt wollen habe ich ihnen doch geschrieben haben sie das nicht gelesen Moment Moment ach ja okay gut aber ich wollte ihnen dann zeigen was ich allein wieder bringen kann und was können wir zusammen bringen durchkombinierte Arbeit gut dann schaue ich mal gerade rein auf mein Handelskonto Augenblick wenn ich das sehe so Konten so zum Handelsterminal oh ich kann mich gar nicht einloggen Login ID das war ja das äh die E-Mail Adresse und das Passwort das habe ich ja gar nicht geändert warum geht das nicht ja nicht wissen äh versuchen sie bitte die Seite zu aktualisieren ja habe ich gerade einen Augenblick machen wir es nochmal nöö geht nicht dann trage ich jetzt nochmal ein dann trage ich jetzt nochmal ein so warum ist das ja ich sollte meine Daten eingeben so so die Zugangsdaten ja habe ich jetzt hier auch so kopiere ich da rein einfügen Sign in Parameters Validation Error Validation Error ja Moment bitte ich sende Ihnen nochmal den Link oder die E-Mail zu vielleicht wird es Ihnen helfen Augenblick Geduld bitte ja ok 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 so ich bin fast fertig ja perfekt überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang ja noch ist nichts da ich kann bis 20 Sekunden daran so jetzt haben wir hier was bekommen probieren Sie bitte mit diesem Link aus ja gut die Hauptseite und dann oben Sie gehen auf Login falls Sie die Seite aufhängig haben ich hatte mir die Seite abgespeichert so Anmeldung so jetzt komme ich so prima jetzt sehe ich es wieder gut jetzt gehe ich auf meine Konten und zum Handelsterminal wieder Sign-In wieder Sign-In komisch musste ich es sonst nie eingeben ja Augenblick da muss ich es nochmal eingeben schon komisch das hatte ich mir extra gespeichert wo muss ich das jetzt neu eingeben also die Login-ID war meine E-Mail-Adresse und das Passwort war mein Passwort so wieder dasselbe Fehler Parameters Validation Error hm ich bin leider nicht so stark wenn ich einen anderen Weg ausgewählt habe Herr Stickmüller äh gut äh wo kann ich denn dann wo kann wo kann ich denn mein Passwort zurücksetzen für den für den für den ja auf der Seite bin ich ja drauf ich komme nur nicht ja Augenblick ich komme nur nicht auf mein Handelskonto drauf auf die Seite komme ich ja drauf nur nicht ins Handelskonto dann klicken ja perfekt Moment ich werde Ihnen einmaliges Passwort zur Verfügung stellen ja Moment bitte Moment damit Sie schon in sich reinkommen ok so dies ok ok wird zu klappen kann ich das Ihnen buchstabieren oder lieber per E-Mail schicken ich kann es auch ich kann es ja Sie können es ja auch buchstabieren Augenblick da muss ich da noch mal drauf gehen so ja dann buchstabieren Sie mal ok von Webseite Sie haben auf anmelden geklickt und jetzt ich bin ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt auf meinem Trading Account Mein Handelskonto mein Handelskonto da will ich mich einloggen auf der Webseite konnte ich mich einloggen da werden wurden meine Daten ja angezeigt nur auf dem Handelskonto kann ich mich nicht einloggen hm ok ok also Sie klicken dann von Ihrem Profil auf Handelsterminaltaste und dann müssen Sie sich wieder einloggen richtig genau das ist die Seite das ist die Seite https trade.infinity-brokers.com Moment bitte ich versuche das von meiner Seite ok so ich bin zum Handelsterminal ok https . . . . . . . . . ok ja und das Problem wirkt dann folgendes wenn ich mich zu meinem Konto einloge dann klicke ich zum Handelsterminal und dann müsste ich mich zweimal nicht einloggen ja weil ich eingelogen bin ja eben da ist irgendein Fehler auf Ihrer Webseite ich komme ich kann mich nicht auf meinem Handelskonto einloggen das gefällt mir gar nicht ja mir auch weil ich verstehe nicht warum das von meiner Seite funktioniert und von Ihrer Seite nicht so das weiß ich doch nicht ich glaube in ich glaube in Hechtig Müller ok ok ist Ihr Balance von Ihrem Profil sichtbar ja die auf Ihrem Handelskonto besitzen ja ok gut also zweite Testwoche habe ich von 600 hier vorerst eingefangen ich gehe nochmal drauf auf jetzt gehe ich nochmal aufs Dashboard so 1163,44 USD-DT wird mir angezeigt ja stimmt ganz genau in meinem System sehe ich auch ja 1163,44 USD-DT richtig so ich gehe davon aus das ist unsere zweite Testwoche nur mit manuellen Handel hat uns 560 Euro mitgebracht ja das kann ich ja nicht sehen weil ich komme ja nicht rauf auf meinen Handelsterminal ich sehe nur die Gesamtsumme ich sehe nicht wie es dazu gekommen ist also die letzte vier können Sie trotzdem Ihrem Profil zuschauen ich möchte ja gerne auf mein Handelskonto schauen das hilft ja nichts wenn ich wenn ich ja das müssen das müssen Sie irgendwie lösen dass ich das wieder sehe ok aber zuerst wäre es möglich wenn wir ein Hilfsprogramm auf Ihr Gerät installieren damit wir zusammen auf Ihr Konter zugreifen richtig wenn welches Hilfsprogramm ich erstelle ein Ticket also Anydisk ne ist nicht möglich das ist so ein Firmencomputer da habe ich Firmendaten drauf da ist es mir verboten solche Hilfsprogramme zu nutzen was ist denn mit mit Ihrem Handy können wir das über das Handy machen weiß ich nicht ich habe ein Nokia 3310 ich weiß nicht ob das da funktioniert das funktioniert natürlich ok was für ein Handy haben Sie das habe ich gerade gesagt ein Nokia 3310 oh das ist kein Smartphone ne natürlich nicht das habe ich auch nicht gesagt kannst du mal ein Handy richtig ok haben Sie einen Rechner bzw. einen Laptop zuhause nein ich habe den Firmenrechner hier ok ich meinte ob wir es von zuhause mit Ihnen machen können ich bin hier zuhause auf meinem Firmenrechner im Homeoffice ja wenn Homeoffice ok klar na gut dann muss ich ein Ticket erstellen weil das Filler ist mir auch nicht bekannt ja ich sehe auch nicht warum von meiner Seite kann ich trotzhof den Harnis Terminal greifen und Sie können das nicht ja das weiß ich nicht ja ich werde es beim Ticket erklären dann müssen wir auf die Einfahrt warten ja oder ansonsten ansonsten Moment ja damit wir dann unser Zeit im Netz verguilen ich finde das Datum und ich werde Ihnen ein Bildschirm von meinem Computer per E-Mail senden und können Sie zwar Harnis Verlaub ziehen ja gut dann machen Sie das ok ok so ich habe ähm zinter auf kurz manuell angefangen ok das ist gut ok 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 das ist das ist die Teichbeihel ein Moment ok 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 Okay, passt. So, und dann den zweiten. Aha. Okay. Okay. Screenshot 2. Perfekt. So, das tun wir hier loschen. Okay. 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 ok wurde schon gesinnt warten wir so ich gucke noch mal so jetzt ist was angekommen so gut jetzt sehe ich die bilder gut und wie geht es jetzt weiter das wollte ich genau mit ihnen besprechen ja dann schlagen sie mal was vor also die haben es schon am anfang erwähnt dass sie mindestens die 10.000 anlegen wurden auf ihr handelskonto 10.000 bis 15.000 ist richtig ok gut also nach meiner handelsstrategie die zeit macht es sinn mit kreptowährungen und ein paar aktiengesellschaften amerikanischer aktiengesellschaften zu handeln ich kann ihnen anbieten kombinierte zusammenarbeit der roboter wird die 24 stunden für sie arbeiten und mindestens acht stunden pro tag werkstags bin ich bereit das geld zu verdienen ok hört sich gut an ja ok das können wir gerne machen als erste was natürlich passieren muss ich muss wieder zugriff auf mein handelskonto haben das müssen sie so lösen ja natürlich ja nach dem gespräch ich erstelle ein ticket und das problem hoffentlich gelöst wird ja prima dann schreiben sie mich an wenn das problem gelöst wird dann können wir noch mal telefonieren ja ok aber wir müssen dann uns irgendwie in verbindung setzen damit ich weiß bei ihr seite funktioniert ja schreiben sie mich an wenn das ja schreiben sie mich einfach an wenn sie meinen es funktioniert und dann probiere ich es bei mir aus und ich schreibe ihnen ob es funktioniert oder nicht und dann können wir telefonieren alles klar so machen wir das gut sehr schön und von welchen betrag soll ich ausrechnen und welchen startkapital fangen wir dann an ja also das erste das erste ja aber das erste ist erstmal wichtig dass man hat dass ich wieder auf meinen handelskonto zugriff habe weil vorher mache ich werde ich mit sicherheit nichts nichts überweisen wenn ich gar nicht überprüfen kann wie sie handeln ja ich geht ihm klar natürlich ja natürlich ich habe sie darum nicht gebeten ist okay gut dann wir verbleiben mit ihnen in kontakt und ich melde mich bei ihnen sobald ich eine antwort von der int abteilung genau schreiben sie mich an per e mail meine e mail haben sie ja und dann werde ich ihnen antworten ob es funktioniert bei mir oder nicht ok dann machen wir so wünschen ihnen einen erfolgreichen tag zu haben und bis nächstes mal ja ihnen auch danke bis dann hallo liebe freunde bis jetzt habt ihr verfolgen können wie unprofessionell die betrüger arbeiten es werden termine bestätigt die da doch nicht eingehalten werden es werden wichtige informationen nicht intern weitergegeben und ständig wechseln die zuständigen mitarbeiter nun kommen wir langsam in die heiße phase dieser scharade ihr habt gemerkt wie der betrüger immer wieder meine erwartete anzahlung angesprochen hat na klar der will mein geld hier hatte ich nun das glück dass deren portal so schlampig programmiert war dass ich mich nicht mehr auf meinen handelsterminal einloggen konnte nun hatte er erwartet dass ich überweise wenn er mir einen screenshot sendet aber den zahn habe ich ihm schnell gezogen warten wir mal ab wie es weitergeht ja bitte ich grüße sie wieder herr steckmüller ja ich habe mich am apparat ok das geheimbrot laut glück ja ok prima so hat ja nun ganz gut geklappt hat also nun geklappt ich kann also auf mein konto wieder zugucken sehr schön sieht auch sehr gut aus das freut mich das freut mich auch ja also gefällt es Ihnen dieses Ergebnis ja Ergebnis gefällt mir sieht schon mal sehr gut aus ja tatsächlich das ist prima das ist ja gut ich danke Ihnen prima haben Sie sich ja wenig Mühe gegeben also normalerweise wenn wir mit diesem betrag handeln ja ich Ihnen nicht alles zeigen ja weil wie ich Ihnen gesagt habe Hände sind gebunden ja in dem Fall ich habe keinen zugriff auf alle instrumenten die wir zur verfügung haben deswegen meinte ich dass Sie werden sowieso das Ergebnis nicht ziehen ja Sie können das nicht mit dem höheren betrag vergleichen aber das funktioniert ich habe Ihnen gezeigt mit zwei Tiefungen wie genau das funktioniert jetzt können wir mit Ihnen den Startkapital besprechen richtig also ich hatte ja ursprünglich gedacht 10.000 bis 15.000 Euro das ist so gut ok ich habe jetzt noch eine Rechnung die in 14 Tagen fällig ist die würde ich eventuell nochmal nachschieben wenn es gut läuft das wären so um die 50.000 Euro aber die kommt erst in 14 Tagen aber naja gut aber ich sage mal das hat ja alles so ganz gut geklappt auch die Einzahlung mit kleinen Problemen hat es ja auch gut geklappt ist ja alles gut gegangen jetzt müssen wir nur noch mal probieren wie es in der anderen Richtung aussieht also sprich das mein Geld ist bei Ihnen angekommen kommt denn mein Geld auch bei mir wieder zurück deswegen würde ich da sagen machen wir da mal eine kleine Testauszahlung ja natürlich gut ich gucke gerade so ich würde dann zum Test erstmal die die ursprüngliche Summe stehen lassen damit sie weiter handeln können und ich würde sagen da zahlen wir erstmal 800 Euro erstmal wieder zurück und dann wenn das alles prima geklappt hat dann mache ich dann die ich denke mal 15.000 werden es inzwischen werden ist das ok für Sie ja gut ja natürlich natürlich Herr Steckmüller dann ich werde den Roboter wieder anschalten und dann ich warte schon zu zu das Startkapital ja also ja gut aber erstmal erstmal müssen wir jetzt die Rückzahlung abwarten ich hatte mir so gedacht 800 erstmal zurückzahlen damit ich weiß dass es auch in der Gegenrichtung läuft und dann zahle ich ein kann man dann auch an eine Wallet auszahlen weil ich hatte mir inzwischen eine Wallet eingerichtet extra zu diesem Zweck ein Kryptowallet meinen Sie? richtig ich habe eine Wallet bei Binance bei Binance genau das ist aber Kastodialen Wallet bitte was? das ist ein unsicher ich würde ne mit Binance das klappt hervorragend das klappt hervorragend mit Binance ja das ist die größte Kryptowallet der Welt aber was ich damit meinte das Geld bei der Kryptowallet gehört denn nicht ja so wie bei der Bank doch natürlich gehört das Geld bei der Kryptowallet mir dazu habe ich die Kryptowallet extra ja ja ich meinte dass die Börse kann auch ihr Geld benutzen ja so wie bei der Bank ja wenn sie ein Deposit also das Geld bei der Bank behalten das Geld könnte auch den anderen Kunden zur Verfügung gestellt das meinte ich ja da vertraue ich Binance aber da vertraue ich Binance aber ja ich vertraue auch ich vertraue ganz und voll Herr Steckmüller würde Ihnen aber empfehlen über die 10.000 wenn wir Zuhörer Beträge haben ein Kastodialen also unkastodialen Wallet sich zu besorgen ja also Ledger Nano X beziehungsweise Trust Wallet ja das ist so wie ein Flashcard und dann ist das Geld 200% sicher 100% 100% reicht mir deswegen habe ich mir extra bei Binance die Wallet eingerichtet also dann würde ich gerne auf das Binance Wallet auszahlen wie machen wir das? ok sind Sie auf dem Dashboard in Ihrem Profil ich bin jetzt bin ich auf dem Dashboard ja ja perfekt Schauen Sie bitte Moment ich mache das mit Ihnen gleichzeitig damit ich Sie nicht verwirre gut auf dem Dashboard also rechts von Ihrem Handelskontostand sehen Sie gelbe Pfeile ja in einem Kreis ja Sie drücken da drauf und hier sehen Sie die vier Fehler ja also vom Handelskonto von Ihrem Handelskonto dann zweiter Feld neu hinzufügen ja was hier gemeint ist die Wallet Nummer ja genau genau das fügen Sie hier ein und mit dem letzten Feld geben Sie den gewünschten Betrag ein danach klicken Sie auf die weiße Geld abheben und dann wird es von unserer Finanzabteilung bearbeitet und dann kriegen Sie ja Geld auf Ihren Beinen ja so dann machen wir das mal so die Nummer kann man die denn einfügen ich habe es kopiert aber ich kann es nicht einfügen also ich besuchen Sie mit Steuerung V ja ich kann neu hinzufügen und dann probieren wir das mal ne geht nicht und beim dritten Feld sollen Sie also das zweite das zweite Feld wählen Sie eine Kryptowallet Nummer ja die wollte ich jetzt einfügen ok hier wählen Sie neue hinzufügen wählen Sie neue hinzufügen und dann beim dritten Feld fügen Sie die Wallet Adresse ein achso ok 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 da haben wir das so und jetzt den Betrag so ok das war es dann schon dann Geld abheben ok ok gut und jetzt muss ich denke ich mal nur noch warten bis es auf dem crypto wallet angekommen ist ne genau genau bis es bei ok beinenswollet sich erscheint ja ok gut und lassen Sie uns dann bitte nächsten Termin mit den Ferienbahnen stehen Sie morgen zur Verfügung morgen ist morgen ist Donnerstag Freitag wäre besser Freitag wäre es besser Freitag wäre es besser Freitag wäre es besser Freitag wäre es besser Vormittag oder Nachmittag würde ich sagen so zwischen 10 und 12 Uhr würde passen ok 12 sage ich sofort ab 11 Uhr ja machen wir dann um 11 Uhr ok genau so machen wir das gut ok prima habe ich schon eine Notiz gemacht bei meinen Kollegen da ok alles klar ok dann wünsche Ihnen einen schönen Abend noch zu haben und bis Freitag bis Freitag bis Freitag danke ja alles klar tschau tschau hallo 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 grüße Sie Herr Steck Müller ja wer ist da mein Name ist Oswald Hort ja ich bin ich bin Leiter der Handelsabteilung welche Handelsabteilung ja Handelsabteilung Finanzmarkt Trading Abteilungsleiter ja dann nennen Sie mir mal das Passwort hier pünktlich um 11 Uhr zwei Moment Moment bleiben Sie bitte kurz auf der Linie ja Moment bleiben Sie bitte kurz auf der Linie Moment Passwort lautet das Wort Glück ok so und worum geht es nun ja schauen Sie Sie haben Sie haben Sie hatten vorher vereinbarten Termin mit meinem Kollegen Nils Richter was hier angefragte Auszahlung in Höhe von 800 Euro angeht richtig richtig so fangen wir an fangen wir an ähm am Anfang am Anfang äh als Sie Ihr Handelskontakt aktiviert haben ja ähm haben wir von Ihrer Seite aus eine Überweisungsbestätigung bekommen richtig die Einzahlung in Höhe von 220 Euro das Geld das Geld das Geld ist doch nicht eingegangen wieso ja wir haben weiß ich nicht warum ähm ich hab äh ich hab den Screenshot überprüft und hab bemerkt dass Sie dass Sie eine Echtzeitüberweisung getätigt haben richtig ähm ähm bei einer Echtzeitüberweisung kommt das Geld nicht später ja nicht später als in 10 Minuten richtig ähm bis heute bis heute haben wir diese Summe noch nicht bekommen aber ähm warum haben Sie mir das wurde ja auf meinem Konto gut geschrieben auf meinem Trading Konto ja ja wie können das wie können nein Augenblick mal wie können Sie nein lassen Sie mich doch mal ausreden lassen Sie mich bitte ausreden ja Sie lassen mich ja auch nicht ausreden ich hab ich hab meine Meinung nicht beendet ja ich auch nicht lassen Sie mich bitte erst lassen Sie mich doch erstmal überhaupt ausreden wie können Sie mein Konto mein Geld auf meinem Konto einzahlen wenn es gar nicht bei Ihnen ankommt das ist meine Frage ok gerade jetzt gerade gerade jetzt wollte ich Ihnen erklären ja dann erklären Sie ok ok obwohl wir obwohl wir ihr Geld nicht bekommen haben haben wir im Voraus Ihrem Handelskonto diese Summe gut geschieben damit wir damit unser Handelsbehörter keine Zeit verlieren kann ja und auf solche Weise hat mein Kollege Nils Richter für Sie gehandelt ja aber jetzt sobald sie eine um eine Auszahlung bitten ja ist es unmöglich wir dürfen das nicht machen wir werden wenn wir wenn wir ohne Geld ohne vorher erhaltenes Geld etwas auszahlen werden dann bekommen wir sehr viele Fragen von unserer Aufsichtsbehörde welches ist die Aufsichtsbehörde warum haben wir das gemacht welches ist die Aufsichtsbehörde FCA FCA ok aber und in diesem in diesem Sinne bitte ich Sie bitte ich Sie wenn man eine Überweisung tätigt ja jede Transaktion hat hat eine Tracking Nummer Tracking Number ja laut dieser Nummer kann man kann man äh Geschichte dieser Transaktion folgen nein eine Transaktion hat keine Tracking Nummer nein gibt es nicht eine Überweisung hat keine Tracking diese Informationen gibt nein eine Überweisung hat keine Tracking Nummer doch jede Transaktion hat eine Tracking Nummer nein man kann nicht trecken es gibt nur den Überweisungsbeleg und äh die Abbuchen auf dem Konto wenn Sie wenn Sie diese wenn Sie diese wenn Sie diese wenn Sie diese Nummer in Ihrem Online Banking oder in der Geschichte Ihre Transaktion nicht sehen es bedeutet nicht dass eine Transaktion keine Tracking Nummer hat ja Sie können diese Nummer bei Ihrer Bank nachfragen jede Transaktion auf der ganzen Welt hat eine eine wenn das Geld nicht bei Ihnen ankommt dann ist doch irgendetwas bei Ihrer Buchhaltung falsch dann schauen Sie doch mal in Ihrer Buchhaltung nach nein das ist bei Ihrer Buchhaltung falsch nein auf meinem Konto lassen Sie mich bitte ausreden auf meinem Konto wurde das Geld abgebucht also muss es bei Ihnen sein auf auf unser auf unser Bankkonto ist das Geld nicht angekommen ja dann haben Sie ein Problem mit Ihrer Buchhaltung nein wir haben keine Probleme mit unserer Buchhaltung doch offensichtlich ähm Sie haben ja auch den ersten Überweisungsbeleg überhaupt nicht gefunden woran lag das denn das muss doch an Ihrer Buchhaltung liegen den ersten Überweisungsbeleg haben Sie doch auch nicht gefunden den musste ich doch auch zweimal senden wie kann das dann bei mir liegen es liegt doch an Ihrer Buchhaltung bei unserer Buchhaltung gibt es keine keinen Eingang von Ihrer Überweisung ja das liegt ja das liegt dann an Ihrer Buchhaltung ja das liegt halt an Ihrer Buchhaltung das liegt auf ihr das liegt an Ihrer Seite nein das liegt es nicht ich habe es ich habe es ich habe es ich habe es mehrfach überprüft stopp stopp mäßigen Sie Ihren Ton schreien Sie mir nicht an schicken 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 Sie mir bitte eine Tracking Nummer und auf solche Weise können wir das Problem lösen ja und äh eine Entscheidung treffen Welche Entscheidung ich habe Ihnen das Geld überwiesen das Geld ist bei mir abgebucht es kommt bei Ihnen nicht an dann liegt das Problem bei Ihnen nein bei uns gibt es kein Problem ja das habe ich ja gesehen in dem der erste Überweisungsbeleg schon nicht ankam bei Ihnen gibt es eine Menge Probleme ok schicken Sie mir bitte eine Tracking Nummer und auf solche Weise lösen wir das Problem woran liegt das Problem ja ich glaube ich weiß woran das Problem liegt fragen Sie bitte diese Nummer bei Ihrer Bank und Schluss ja und Schluss fragen Sie bitte diese Information bei Ihrer Bank nach ja fragen Sie bitte diese Information jede Transaktion hat eine Tracking Nummer fragen Sie bitte diese Nummer nach und laut dieser Information werden wir alle äh werden wir sehen äh wo ist das Geld ja bei Ihnen ist es offensichtlich nicht angekommen das liegt bei Ihnen das Problem nicht nicht angekommen ja äh aber äh bei meine Frage ist nochmal von wo aus rufen Sie mich an Sie rufen immer permanent mit einer unterdrückten Rufnummer an welche Firma ruft mit einer unterdrückten Rufnummer an warum rufen Sie nicht mit Ihrer Firmennummer an das habe ich nicht gefragt ich habe gefragt warum Sie nicht mit Ihrer Firmen Telefonnummer anrufen jede Firma hat eine offizielle Telefonnummer warum rufen Sie nicht mit dieser Nummer an wir benutzen wir benutzen wir benutzen normalerweise IP Telefonie ja und das kann man trotzdem das kann man trotzdem auswählen man kann die IP Telefonie so einstellen dass man mit die Firmen doch kann man ich bin IT System Elektroniker gewesen früher bevor ich als Tischler gearbeitet habe ich weiß wie IP Telefonie funktioniert also das stimmt schon mal nicht kann ich eine bestimmte Linie nicht auswählen ja doch das ist das ist falsch eingestellt dann ist Ihre IP Telefonie falsch eingestellt gut vielleicht ja ja vielleicht nicht vielleicht sicher ich sehe es übrigens gerade Augenblick ich muss gerade noch mal gucken so da frage ich noch mal Sie senden jetzt eine E-Mail von gmail.com warum denn nicht mehr von Team Infinity Brokers das ist auch keine Firmen E-Mail Adresse nein das ist eine gmail.com das ist eine Ö nein sie arbeiten nicht ich habe E-Mails bekommen von Team Infinity Brokers und jetzt bekomme ich E-Mails von gmail.com das kann ja wohl nicht sein und was und sind Sie eine Betrügerseite betrügen Sie Leute nein ja doch offensichtlich warum kriege ich denn keine E-Mail von Infinity Brokers warum von gmail Sie haben doch eine Firmen E-Mail Adresse weil wir beide weil wir beide Domains haben weil wir beide Domains verwenden können nein Sie müssen als Firma müssen Sie mit einer Firmen E-Mail Adresse von Infinity Brokers schreiben und nicht von gmail gmail ist eine öffentliche eine öffentliche E-Mail Provider öffentlich für jedermann bei uns ist es erlaubt bei uns ist es erlaubt nein das ist es nicht aber apropos Erlaubnis Sie sagen wenn Sie hallo hallo ich bin noch nicht fertig ich bin noch nicht nein 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 jetzt jetzt Sie sagte Sie reden permanent dazwischen Sie Sie hören sich ja meine Antwort nicht an also Sie haben gesagt Sie sind ein ein registriertes Unternehmen wo sind Sie reguliert ich habe Ihnen das schon gesagt ja Sie sind reguliert bei der FCA sagten Sie Sie hören Sie auswändige auswändige erinnere ich mich ja dann ja dann kein Problem dann forschen Sie das nach ich bleibe am Telefon ok ok dann suchen Sie mir sagen Sie mir bitte Ihre Steuernummer meine Steuernummer die werde ich äh einer einer ja 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 genau ja lasse mich ja eben und ich sage Ihnen ich werde Ihnen meine Steuernummer erst mitteilen wenn Sie mir bewiesen haben dass Sie überhaupt reguliert sind Sie sind offensichtlich nicht reguliert Sie sind also eine Betrügerfirma ich wiederhole ich wiederhole ich wiederhole Ihnen nochmal ich wiederhole auch wie ist Ihre wie ist Ihre Regulierung ok dann äh Ihre Plattform heißt das kann ich ja eingeben bei der FCA kein Problem Infinity Brokers ist Ihre Firma ne Infinity Brokers so dann suchen wir doch mal bei der FCA nach Infinity Brokers oh unfortunately we didn't find any results matching your search term hm dann sind Sie gar nicht reguliert dann sind Sie eine Betrügerfirma ja haben Sie es also jetzt zugegeben ja wenn Sie wenn Sie wenn Sie wenn Sie wenn Sie unsere Lizenz nicht finden können ja dann sagen Sie mir doch die Lizenznummer dann sagen Sie mir doch die Lizenznummer dann kann ich es ja finden kein Problem ich soll das nicht machen ach sollen Sie nicht weil Sie gar keine Lizenz haben weil Sie haben keine Lizenz Sie haben da keine Lizenz ich kann das versuchen Infinity Brokers gibt es gar nicht Sie haben keine Steuernummer ja das spielt doch keine Rolle ja ich bin ich bin selbstständig ich habe eine Steuernummer aber Sie haben keine Lizenznummer Sie sind eine Betrügerfirma Sie sind Betrüger wissen Sie warum ja ja ich ich bin ich bin ein Betrüger genau ich bin ein ich bin ein Betrüger Betrüger ich weiß dass Sie eine Betrügerfirma sind von Anfang an habe ich das gewusst Sie sind eine ganz schlechter Betrüger ich habe es von Anfang an gewusst ja Sie sind fürchterlich dumme Betrüger und was ich Ihnen sagen kann Sie haben Sie haben diese Überweisung getätigt aber danach in einer Minute haben Sie diese Überweisung abgerufen ja abgerufen was habe ich abgerufen was habe ich abgerufen ja wie habe ich abgerufen Ihre Überweisung ja Ihre Überweisung haben Sie abgerufen wie kann man eine Überweisung abrufen was meinen Sie mit abrufen Sie wissen was was das bedeutet nein weiß ich nicht Ihr Deutsch ist schlecht was meinen Sie mit abrufen haben Sie keine Antwort drauf das Geld wurde von Ihrem Bankkonto nicht abgebucht das Geld wurde von Ihrem Bankkonto nicht abgebucht ja und und nun und Sie haben uns betrugen ja natürlich Sie betrügen mich ja auch und Sie wollen mich ja betrügen Sie haben gar keine Lizenz Sie haben überhaupt keine Lizenz und das wusste ich von Anfang an ich wusste von Anfang an ja 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 Sie haben meine Kollegen ja natürlich natürlich Betrüger betrügen ist mein Hobby genau Betrüger Sie sind eine betrügerische Plattform Übrigens Übrigens wie lange gibt es Ihre Firma denn schon Ihre Plattform Sie können das selber recherchieren Ja habe ich schon Ihre Plattform ist am 23. Mai erst registriert worden Ihre Plattform 87 Tage alt Sie sind eine Betrüger Firma Das wusste ich von Anfang an von Anfang an wusste ich dass Sie Betrüger sind und ich habe Ihnen herrlich viel Zeit gestohlen ja und jetzt werde ich wie alle Sachen auch dieses Video bei YouTube hochladen damit alle Leute von Ihrer Firma erfahren dass Sie eine Betrüger Firma sind genau so mache ich es und wofür 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 haben Sie dann Ihre Überweisung getätigt natürlich um Sie ja natürlich genau um Ihnen Zeit zu stehlen genau Ihnen habe ich Zeit gestohlen bei Ihnen der Zeit in der Sie mit mir gesprochen haben Ihre Mitarbeiter konnten Sie kein anderes armes Opfer bestehlen so habe ich sehr viel Erfolg damit gehabt Sie sind eine fürchterlich schlechte Betrüger Plattform schlecht vorbereitet alles nur Fake Ihre E-Mail Adressen alles nur Fake eine Gmail Adresse für eine Firma eine Telefonnummer gibt es nicht Sie sind ein fürchterlich schlechter Scammer ja haben Sie hier zugegeben es ist Ihre Meinung nein das ist keine Meinung das ist Fakt nein das ist keine Meinung das ist ein Fakt Sie können mich ja gerne überzeugen Sie können mir ja sagen Sie können mir ja gerne sagen okay ich lüge ja okay dann beweisen Sie das doch beweisen Sie das doch beweisen Sie doch dass Sie eine reguläre Firma sind Beweisen Sie doch einfach mal, dass Sie eine echte Firma sind und Sie eine Lizenz haben. Und jetzt wollen Sie... Ja, und jetzt... Ja, und was denn? Was denn? Was denn? Ja, was denn? Wollen Sie jetzt beweisen, dass Sie eine Lizenz haben oder nicht? Ja. Wollen Sie beweisen? Okay, dann nennen Sie mir die Lizenznummer. Ich habe Ihnen gesagt, ich schicke es. Was denn? Ja, natürlich, ich kann das machen. Ja, dann los! Aber ich erinnere mich auswendig diese Nummer nicht. Ja. Und was möchten Sie damit beweisen? Ja, ich... Was möchten Sie mit Ihrer Rede beweisen? Wenn Sie mir sagen, die Lizenznummer ist so und so und ich kann das überprüfen, dann entschuldige ich mich. In aller Form bei Ihnen. Aber solange Sie mir Ihre Lizenz noch nicht nachgewiesen haben... Okay, schicken Sie mir erst mal Taking-Nummer damit... Nee, nee, erst mal... Ich schicke Ihnen erst mal gar nichts. Sie wollen ein... Ja, Sie haben... Sie, 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 Sie... Ja, ich möchte Ihre Lizenznummer. Jede reale Firma, legitime Firma hat eine Lizenznummer. Und das müssen Sie auf Wunsch jedem Mann bekannt geben. Sie können das nicht. Sie haben keine Lizenz. Sie können das Gegenteil beweisen. Geben Sie mir Ihre Lizenznummer. Jetzt und sofort. Sie können es mir auch per E-Mail schicken. Gar kein Problem. Ich schicke Ihnen... Ich schicke Ihnen per E-Mail. Ja, ich weiß... Ich schicke Ihnen per E-Mail. Ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt. Ich bleibe am Telefon. Ich schicke... Schicken Sie es mir einfach. Ich bleibe am Telefon. Ich rufe die E-Mail direkt ab. So, schicken Sie mir her. Ich kriege die E-Mail sofort. Ich schicke Ihnen nach... Ich schicke Ihnen diese Information nach unserem Telefonat. Ja, ich weiß, dass da nichts kommt. Ich weiß. Jetzt habe ich schon... Jetzt habe ich schon keine Zeit mehr. Ja, natürlich. Wie immer, wenn die Betrüger nicht mehr weiter wissen... Wie immer, wenn die Betrüger nicht mehr weiter wissen, haben Sie einen anderen Termin. Ja, ja. Ja, ja. Ist klar. Das kenne ich von den Betrügern schon. Ja, genau. Um diese Frage... Um diese Frage zu lösen, schicken Sie mir bitte eine Trackingnummer. Und... Sind Sie dumm. Sind Sie dumm. Sind Sie dumm. Ja, ja, ja. Sehr lächerlich. Ja, genau. Sind Sie. Richtig. Sind fürchterlich lächerlich. Sie haben keine Lizenz und Sie können es nicht beweisen. Ja, genau. Sie haben keine Lizenz. Das weiß ich. Sie können auch. Sie können auch. Was könnte ich auch? Ich kann... Ich kann... Ich kann beweisen. Ich kann beweisen, dass Sie keine Lizenz haben. Richtig. Sie können jetzt das Gegenteil beweisen. Ich bedanke mich für das... Ja, tschüss Betrüger. Ja, ja. Ja, ja. Klar. Ich weiß jetzt schon, dass keine E-Mail kommt. Schön, dass ihr alle durchgehalten habt bei meiner Jubiläumsfolge zum 1.000. Abonnenten. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Unterstützern meines kleinen Kanals bedanken, dass ihr mich so angenommen habt und so reges Interesse an meinen Videos habt. Auch zukünftig werde ich weitere Videos produzieren, um aufzuklären und zu warnen vor betrügerischen Machenschaften, die im Internet auf euch zukommen können. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und vorsichtig. Euer Callcenter Crusher. Euer Callcenter Crusher. Ja. 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 Ja.